Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Vlog. Und im heutigen Vlog geht es um römische Ausgrabungen auf Mallorca. Und diese Ausgrabungen liegen in Alcudia und die Siedlung der Römer wird Polentia genannt. Und wie ihr seht sind die Ausgrabungen auch immer noch nicht fertig und es ist ganz viel unerforscht, dadurch dass es Geld fehlt und immer nur teilweise gearbeitet wird. Aber das ist eine andere Geschichte, denn heute geht es eigentlich darum das erstmal anzuschauen und das werdet ihr jetzt mit diesem Vlog tun. Also viel Spaß wünsche ich euch bei diesem Vlog. Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Und dann war es das für den heutigen Vlog. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da, abonniert mich und lasst ein Kommentar da. Also bis morgen.